Kämpfen fördert alle motorischen Fähigkeiten, Selbstwirksamkeit und Empathie. Aber wichtig, legt vorher Regeln fest, damit das Kämpfen auch die ganze Zeit für alle ein echter Spaß bleibt. Das Ziel ist es jetzt vom Partner den Socken auszuziehen und wenn man das geschafft hat, dann wird das Ganze von vorne wiederholt. Als Variante kann man das Ganze auch andersrum machen, das heißt, wenn man den Socken in der Hand hat, versucht man den Socken bei dem anderen anzuziehen. Beim Socken-Hinter-Dich-Kampf ist das Ziel, den eigenen Socken zu verteidigen und der Partner, der muss versuchen, den Socken zu klauen und sich den Socken zu holen. Wenn er das geschafft hat, wird getauscht. Als Variante darf man auch den Socken wegschießen, wegschieben und den berühren, damit der Gegner nicht so leicht rankommt. Der Socken-Hinter-Sich-Kampf mit zwei Socken. Das Schwierige ist jetzt, man muss seine Socke verteidigen und die Socke vom anderen versuchen zu klauen. Wichtig ist dabei, dass man den eigenen Socken nicht berühren darf. Beim Indianer-Schatz legt sich der Indianer schlafend auf seinen Schatz und der andere Indianer will sich den Schatz klauen, schleicht sich ganz leise an und startet mit dem Kämpfen und versucht sich den Schatz zu klauen. Beim Schildkröten-Kampf darf sich der eine wie eine Schildkröte über die Socke drüber setzen. Wichtig ist, man darf die Socke nicht festhalten, man darf sie nur zwischen Arm und Bein einklemmen und der andere versucht sie sich dann zu klauen. Socken aus der Jacke klauen. Dabei hat der eine die Socke in seiner Jacke versteckt. Das geht auch im Pulli oder im Ärmel. Wichtig ist, dass die Socke immer ein Stück raus guckt, damit der andere auch eine Chance hat, sie sich zu greifen. Beim Sockenklauen-Wettrennen müssen beide auf einer Seite los starten. So schnell wie es geht nach vorne zur Socke laufen und dabei den anderen abhalten, indem wir den festhalten, zurückziehen, um ihn daran zu hindern an die Socke zu kommen. Wer als erstes die Socke berührt, der hat gewonnen und hat einen Punkt. Als Variante kann man das Ganze natürlich auch im Stehen machen, dass man dorthin rennt und versucht den anderen davon abzuhalten. Passt nur auf, nicht zu wild, weil jetzt ist die Verletzungsgefahr etwas höher, da die Kinder natürlich auch hinfallen können. Beim Handicap-Kämpfen geht es darum, die Socke in einer Hand festzuhalten und die Socke darf nicht losgelassen werden. Und man versucht jetzt den Partner auf den Rücken zu drücken und drei Sekunden irgendwie zu halten auf dem Rücken. Das kann man mit der Pfannkuchentechnik oder auch mit anderen Festhaltetechniken wie den Spider-Man machen. Beim Stinkepilze-Kämpfen werden verschiedene Sockenpaare auf dem Boden verteilt und beide versuchen einander auf einen Stinkepilz zu ziehen. Wenn ein Stinkepilz berührt wird, dann muss derjenige einen Strecksprung machen. Der eine macht eine Mausefalle und darunter liegt der Socken. Der Socken ist der Käse und der andere versucht unter der Mausefalle drunter durchzukrabbeln, sich den Käse zu schnappen, aber die Mausefalle, die kracht zusammen und der untere versucht den Käse festzuhalten, die Mausefalle runterzuwerfen und aufzustehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal.